Der ukrainische Präsident Zelenskyy zieht sich demonstrativ seine Uniform an und hofft auf Unterstützung aus dem Westen, Deutschland und Frankreich versuchen zu vermitteln. Die EU ist gespalten. Während die einen für Diplomatie plädieren, argumentieren die anderen, dass Putin wenig Interesse an Gesprächen hat. Er schaut zu, wie Europa sich weiter spaltet. Es gibt auf der europäischen Ebene, auf der Ebene der EU, noch keine wirkliche durchdachte Strategie, wie man mit Russland umgeht. Die Ukraine, einst Teil der Sowjetunion, ist bedroht durch Putins Revanchismus, für den zu kämpfen er bereit ist. Es muss noch eine Phrase erinnern. Putin hat irgendwie gesagt, wenn Krieg nicht möglich ist, muss man zuerst erinnern. Das muss man auch erinnern.